Ich bin sehr stolz und sehr, sehr glücklich, dass ich nominiert worden bin und jetzt heißt es, das Ding nach Hause zu holen. Bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, bei der EM dabei zu sein, dann auch im eigenen Land, ist toll, es ist schön und es ist ein Traum. Fantastisch, dass die zwei Spieler bei der EM dabei sind. Es sind zwei Spieler, die über die komplette Saison hinaus total performt haben. Olli als alter Hase im Tor, der so viele Bälle für uns gehalten hat und Maxi Bayer als Top-Talent, um mit seinem jungen Alter so viele Tore geschossen zu haben. Ich freue mich natürlich auch riesig. Ich glaube, die komplette TSG-Familie freut sich auch riesig. Das ist eine extrem tolle Sache. Als ich die Nachricht tatsächlich schon ein bisschen früher erfahren habe, habe ich mich erstmal einfach nur für die Jungs gefreut. Es ist dann oftmals auch so ein kleiner Blick zurück. Ich weiß, wie der Maxi in der Akademie war, wie er dann als junger Spieler hochkam, wie wir uns gemeinsam entschieden haben, dass er verliehen wird. Jetzt kam er zurück, ist vielleicht der Rookie dieser Saison, überragend performt und jetzt verdient nominiert. Eine ganz tolle Geschichte. Und bei Olli Baumann, ja, der ist ja schon lange dabei. Da ist es keine so große Überraschung, aber einfach auch nur eine große Freude, weil dieser besondere Spieler, dieser besondere Charakter einfach nur das verdient hat, bei der Heim-EM dabei zu sein. Und deswegen Freude und Stolz sind die richtigen Worte. Wer weiß, vielleicht ist es das einzige Turnier. Deswegen ein riesiges Highlight. Lange gearbeitet, dass man zum Kreis der Nationalmannschaft gehört. Und schön, dass ich jetzt beim Turnier dabei sein darf und helfen darf. Also es ist bestimmt das Größte, was mir bis jetzt passiert ist, für eine EM nominiert zu werden. Und wenn auch die Heim-EM. Das passiert auch nicht jedes Jahr. Und ja, also ich bin sehr glücklich. Grundsätzlich bin ich dann, wenn die Europameisterschaft losgeht und ich habe tatsächlich auch Karten für zwei Spiele, freue mich da sehr, bin ich einfach Fan. Unterstützer der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt sind wir natürlich lange in dem Business dabei. Und ja, jetzt gucke ich mir den Staff der deutschen Nationalmannschaft an und muss dann schon an den Tag zurückdenken, wo man mit Julian Nagelsmann als U16-Trainer gearbeitet hat. Oder wo man den Benji Glück hochgezogen hat von der Akademie in das Team der Profimannschaft. Oder wo Sandro Wagner als Spieler beim ein oder anderen ernsten oder lustigen Gespräch mir gegenüber saß. Auch das, es ist nichts Neues, aber sieht, die TSG bildet nicht nur hervorragende Spieler aus, sondern eben auch Trainer und Experten aller Art. Und darauf darf man hier stolz sein.